Ein neues Video, meine Lieben, zur Mike-Zies-Thematik. Ein kleines, aber feines Update. Ich hoffe, es wird nicht so lang. Ich habe Bambi an meiner Seite. Sie unterstützt mich hier heute. Denn es wurde, ja, wieder einiges erzählt. Es wurde viel verdreht. Es wurden Sachen in einen Topf geworfen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Viele von euch haben hier tatsächlich schon eine Nachricht geschrieben, haben so gemeint, ey Ramon, hast du das neue Video von Mike gesehen? Machst du was dazu? Und ja, ich dachte mir, ich mache auf jeden Fall was dazu. Hat nur so ein bisschen länger gedauert, weil ich muss mir natürlich immer so ein paar Notizen machen. Weil der Mike hat ja in seiner Beschreibung der Videos immer stehen, dass er nicht möchte, dass andere quasi seinen Content auch nur ausschnittweise benutzen. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich mir einige Notizen machen muss und quasi eine Art Gedächtnisprotokoll von dem hier wiedergebe, was er gesagt hat. Was jetzt für ihn von Vorteil ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass es hier nicht meine Intention ist, jetzt irgendetwas zu erzählen und irgendwie zu verdrehen zu seinem Nachteil, sondern ich möchte einfach die Sachen anbringen, die er geäußert hat und die so ein bisschen einordnen. Gleich zu Beginn, ich freue mich erstmal auf euer Feedback. Ich freue mich natürlich auf einen Daumen nach oben. Und wie ihr gerade richtig erkannt habt, bedeutet das natürlich aber auch, dass wir hier keinen Videoschnipsel von ihm sehen werden. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es gibt ja viele von euch, die eh sagen, sie wollen seine Stimme nicht hören, können die Stimme nicht hören. Wie auch immer. Ich muss einleitend eine Sache sagen und die ist mir natürlich gerade wieder bei diesem Video aufgefallen oder eigentlich schon bei diesen letzten beiden Videos. Und zwar ist das der Fakt und das meine ich jetzt wirklich nicht böse und ich meine das jetzt auch nicht abwerten und ich möchte ihn auch gar nicht degradieren, aber es ist einfach so auffällig, dass ich es einfach erwähnen muss. Er ist natürlich allen beteiligten Personen massiv unterlegen, einfach was diesen Intellekt betrifft. Das muss man einfach sagen. Das merkt man, weil er eine Vorstellung von der Realität hat und auch von der Welt, die natürlich bei einem Menschen, der, ich sag mal, in irgendeiner Art und Weise sein Hirn auch wirklich einschaltet, sofort erkennt, dass es nicht so ist. Ich nenne euch mal ein Beispiel, ja. Ich erkläre euch mal, wie ich den Eindruck habe und das ist ganz wichtig, am Anfang dieses Videos, wie Mike die Welt sieht oder wie Mike sich und alle anderen sieht, weil er sieht sich ja immer als das Opfer in dieser Situation, ja. In der Welt von Mike gibt es vor ihm einen ganz, 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 ganz großen Haufen mit Bauklötzen. Die Bauklötze haben sich in den letzten Monaten, in den letzten Wochen oder vielleicht auch in den letzten Jahren sind die immer höher geworden und er glaubt, dass diese Bauklötze weniger bei ihm werden, wenn er über andere herzieht, wenn er sagt, ja, aber die hat auch Sachen gemacht und der hat auch Sachen gemacht und die YouTuber haben das gesagt, dann denkt er, dass die Bauklötze auf seiner Seite niedriger werden. Es passiert aber das Gegenteil. Die Bauklötze werden immer höher, weil man ja merkt, dass er diese ganzen Sachen einfach nur äußert, um andere Menschen zu denunzieren und um andere Menschen in den Dreck zu treten, vergisst aber dabei an dieser Stelle natürlich, dass das quasi keinen positiven Impact auf ihn und auf seine eigenen Taten hat. Also ja, man kann zu jemand anderem sagen, der oder die hat das gemacht, aber das hat mit dem eigenen, was man gemacht hat, was man getan hat, gar nichts zu tun. Und deswegen werden diese Bauklötze immer höher, was er gar nicht versteht. Und das ist auch das, was ich so einleitend meinte mit, ich sag jetzt mal, fehlendem Intellekt. Und ja, das ist jetzt nicht, weil ich ihn hier runter machen möchte oder so, aber das muss man auch einfach ansprechen, weil anders kann man sich diesen ganzen Wahnsinn nicht mehr geben. Auch zum Beispiel, wir kommen gleich auf diese ganzen einzelnen Punkte, dass er auch zum Beispiel schon wieder Themen mit der Tochter, die minderjährig ist, ins Spiel bringt. Also da muss man wirklich sagen, dass man einfach das Gefühl hat, dass diese Person wahrscheinlich wirklich nicht alle Latten am Zaun hat, weil was hat denn jetzt die minderjährige Tochter wieder damit zu tun? Und wir hatten dieses Thema leider im letzten Video schon mal, wo Sprachaufnahmen veröffentlicht wurden im Kontext mit der minderjährigen Tochter, die da drin auch zu hören war, die er dann im Nachhinein natürlich wieder rausgeschnitten hat, was ja aber nichts daran ändert, dass er quasi ihre Persönlichkeitsrechte da massiv verletzt hat. Und ich denke mir einfach so, hey, bleib doch bei dir und kritisiere vielleicht auch Punkte von Menschen in diesem Kontext, die davon irgendwie betroffen sind, aber zieh doch nicht permanent irgendwelche Leute mit rein, die damit nichts zu tun haben, wie zum Beispiel der Ex-Mann oder besser gesagt Ex-Freund von Michelle, weil ich glaube, verheiratet waren sie ja noch nicht. Das sind alles solche Beispiele, wo ich mir immer so denke, was haben diese Menschen jetzt damit zu tun? Im letzten Video war ein interessanter Punkt, den er quasi angesprochen hat und das Witzige an dieser Stelle ist, dass man hätte denken können, er spricht über sich selbst, aber nein, er hat tatsächlich über Michelle gesprochen und zwar war die Kritik, dass er der Meinung ist, dass Produktionen ja niemanden haben wollen, wie Michelle zum Beispiel, die permanenten Rosenkrieg lostritt, wo dann immer irgendwelche Beefs in der Öffentlichkeit sind, wo in irgendwelchen Lives bei TikTok oder so hergezogen wird, ja. Das sind ja alles Sachen, die Produktionen angeblich nicht wollen, weil das dann eine Gefahr wäre für den Sender oder für die Produktion, dass wenn da mal irgendwie was nicht gut läuft, das dann da auch hergezogen wird. Und da musste ich so schmunzeln, weil ich mir so dachte, Alter, man könnte denken, dass er über sich selbst gesprochen hat, weil man hat natürlich im Hinterkopf, was er wahrscheinlich total vergessen hat, dass er, ich glaube es ging damals 30 Minuten oder es ging 40 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, er hat ein Video gemacht, wo er richtig heftig über die Produktion Seapoint abgelästert hat, ja. Dass er quasi im Auto mit Augenschutz da irgendwo rausgeholt wurde und dass die dann alle um ihm standen und gesagt haben, wir haben dich erschaffen, irgendwie so ähnlich war es, ne. Du musst jetzt hier Gas geben, das hier ist nicht irgendwie Bro Island, du musst jetzt die Gruppen aussplitten, wir wollen den Mike, den wir immer gesehen haben. Also er hat ja wirklich richtig krass abgelästert über die Produktion und zeigt dann jetzt mit dem Finger auf eine andere Person, wo er wahrscheinlich selber tatsächlich die Person ist, wo Produktionen sagen, ey, das wollen wir nicht. Und zwar nicht, weil er über seine Ex-Frau gelästert hat oder weil er über Ariel gelästert hat oder wen auch immer. Ich glaube, das juckt ehrlich gesagt Produktionen nicht, sondern weil er massiv gegen eine Produktion vorgegangen ist im öffentlichen Rahmen, wo er eine halbe Stunde wirklich nur Vorwürfe erhoben hat. Dieses Video hat er dann natürlich im Nachgang wieder gelöscht, aber das spielt hier natürlich in diesem Kontext überhaupt keine Rolle mehr. Also das muss ich wirklich sagen, das finde ich total abstrus. Das finde ich, also sowas überhaupt zu äußern, wenn man genau weiß, was man selber getan hat, finde ich ehrlich gesagt richtig krass. Zum Thema Kinder werde ich jetzt nichts weiter sagen. Ich werde dieses Thema ausklammern. Das, was ich einleitend gesagt habe, ist das, was ich sagen will, dass ich nicht verstehe, warum er jedes Mal die Kinder mit in diesen Kontext zieht, weil die gehen zur Schule. Die Kinder heutzutage haben alle Internet, die können sich dieses Video angucken und ich finde das wirklich richtig ekelhaft. Und das zeigt auch nochmal, was er wirklich für einen ekligen Charakter hat, dass er quasi die Kinder öffentlich mit in diesen Dreck zieht, die nichts damit zu tun haben und er auch ganz bewusst dieses Risiko eingeht, dass die Kinder in der Schule von Klassenkameraden angesprochen werden und dann sagen, ah, der Mike hat wieder das und das erzählt. Also das finde ich richtig krass und das zeigt auch, was seine Intention ist. Nämlich nicht irgendetwas klären, was er möchte oder seine Ruhe haben oder sich zu verteidigen. Nein, er geht permanent auf Angriff und das zu Lasten von Menschen, die mit diesem ganzen Thema nichts zu tun haben. Das muss man mal ganz klar benennen, weil das ist seine einzige Intention. Dann hat er auch gesagt, er wäre das Opfer, wenn er blonde Haare hätte, irgendwas mit Botox ist gefallen. Wir wissen alle, in welche Richtung diese Anspielung ging. Das ging Richtung Michelle und er wäre ja quasi nur dieser Täter, weil er so aussieht, wie er aussieht. Und dann denke ich mir so, lieber Mike, nein, du bist nicht der Täter in der öffentlichen Wahrnehmung, weil du so aussiehst, wie du aussiehst und man jetzt irgendwie sagen könnte, oh, das sieht bedrohlich aus, das sieht gefährlicher und die Leute dir das sagen würden. Nein, das ist nicht der Grund. Und der Grund ist auch nicht, dass er so ist, weil du keine blonden Haare hast oder sonst was. Der Grund ist, weil du in allen Formaten bewiesen hast, wie du drauf bist, weil du in allen YouTube-Livestreams, die du gemacht hast, die wir alle gesehen haben, bewiesen, wie du drauf bist und weil du auch jetzt in diesen ganzen Videos auch einfach nochmal zeigst, was du für ein Typ bist und dass du in dem Fall tatsächlich der Täter bist, weil es ja gar nicht mehr darum geht, irgendetwas zu rechtfertigen, was im Raum steht. Da kommen wir auch nachher nochmal im Detail drauf. Sondern es geht hier einzig und allein darum, irgendwelche Leute in den Dreck zu treten, in der Regel Menschen, die nichts damit zu tun haben, wie zum Beispiel der Ex-Partner von Michelle, wie in dem Fall jetzt die Kinder und auch ein Punkt mit den YouTubern, da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ja, also Mike ist der Täter, weil er das quasi selber geschaffen hat, dieses Bild in der öffentlichen Wahrnehmung. Daran ist einzig und allein er schuld, nicht die Produktion, weil die ganzen Videos, diese ganzen Leaks, diese Tonaufnahmen, diese E-Mails, nochmal, ja, er hat alles danach offline genommen, aber wir haben nicht vergessen, dass er es getan hat. Und deswegen nehmen ihn die Leute so wahr, wie er ist, weil er ja auch immer wieder nachlegt und das mit seinem letzten Video auch belegt hat oder nochmal besser gesagt bewiesen hat. Das ist jetzt nicht so, dass wir es nicht schon vorher wussten, aber er hat es natürlich nochmal bewiesen und das ist auch deswegen ein sehr schönes Video mit diesen Bauklötzen, nicht Video, schönes Beispiel mit diesen Bauklötzen, was ich vorhin einleitend gesagt habe. Ja, so. Dann gibt es irgendwelche Vorwürfe, dass Ariel ja irgendetwas ganz krasses über ihren Ex-Freund vor ihm mal gesagt hätte und er könnte das irgendwie beweisen und das geht ja wohl angeblich in eine ähnliche Richtung wie die Vorwürfe, die es in meinem besagten Interview gab von Michelle und Ariel. Und auch da muss ich mir die Frage stellen, welche Relevanz hat das? Also selbst wenn Ariel so eine Aussage in einer verärgerten oder in einer wütenden Situation geäußert hat, welche Relevanz hat das, ja? Der Riesenunterschied ist, wenn ich jetzt Ariel darauf ansprechen würde, würde sie entweder sagen, nein, habe ich nicht getan oder sie würde sagen, ja, habe ich getan in einer Situation, wo ich verärgert war, wo ich wütend war, es tut mir unglaublich leid, kommt nicht mehr vor. Was hat denn Mike eigentlich gesagt zu diesen ganzen Vorwürfen, die es damals in diesem Interview gab? Nichts. Er hat lediglich gesagt, ja, aber ich habe ihr doch nichts angetan und ich würde ihr auch nichts antun. Weder Ariel, weder Michelle. Das hat er mal in irgendeinem Statement gedroppt. Aber das ist doch gar nicht die Frage. Es ist doch gut, dass er sagt, er würde ihr nichts antun als Beispiel. Ja, Biden nicht oder wem auch immer. Ist ja vollkommen egal. Aber die Frage war doch, hat er diese Aussage gegenüber Ariel mehrfach getätigt, weswegen es diese Anzeige gab oder nicht? Dazu hat er sich bis heute nicht geäußert. Er ist darauf nicht eingegangen. Und deswegen verstehe ich gar nicht, was jetzt hier irgendwie das Thema ist. Er hätte ja auch einfach sagen können, ey, pass auf Leute, ja, ich habe das mal irgendwie in einer wütenden Situation gesagt. Ich war alkoholisiert oder auch nicht oder whatever. Hätte er machen können, hätte sagen können, tut mir leid, war nicht so gemeint. Ich würde das eh alles nicht tun. Er hat sich bis zum heutigen Tag nicht dazu geäußert. Aber bringt jetzt irgendwelche Beispiele an, wieder von Ariel, bezogen auf irgendeinem Ex-Freund, was mit diesem Kontext nichts zu tun hat. Also wirklich zero. Es hat gar nichts damit zu tun. Also auch da verstehe ich das nicht. Dann kommt er auch immer mit diesem Valentina-Vergleich. Ja, er ist ja mit Valentina so gut und weil sie ja beide so ähnlich sind und deswegen sich auch gut verstehen. Nein, Valentina ist komplett anders. Weil Valentina ist, egal wie krass sie ist, sie ist mit sich insofern im Reinen, dass sie genau weiß, was sie machen muss, um Sendezeit zu bekommen, um im Fokus zu stehen, um gebucht zu werden. Und sie ist nicht jemand, die sich dann vor die Kamera stellt und 20 YouTube-Videos macht, wo sie irgendwelche Produktionsfilmen exposed, wo sie die ganze Zeit rumheult. Das macht Valentina eben nicht. Deswegen musste ich mal ganz kurz schmunzeln, als er sich immer so mit Valentina verglichen hat und deswegen ja auch sagt, ja, und deswegen sind wir so cool und deswegen verstehen wir uns so gut. Nein, Valentina ist ganz anders als du. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Sie hat das Game verstanden. Sie geht in ihrer Art und Weise damit um, wie sie glaubt, dass es richtig ist. Sie hat ein Geschäftsmodell für sich daraus gemacht und es geht jetzt gar nicht darum, ob er das gut finden oder wird es schlecht finden. Und es geht jetzt auch nicht um die Frage, ob Valentina in Zukunft nochmal gebucht wird oder nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass er sich selbst mit Valentina vergleicht und sich da irgendwie auf eine Stufe stellt, ist halt leider auch total lächerlich. Genau wie die Aussage, dass er immer sagt, ihm ist das immer alles egal, wer wie, wo, was macht, kann ihm ja nicht egal sein. Er redet ja permanent darüber. Er macht ja permanent Videos darüber und genau, kündigt ja auch schon wieder das nächste Video an. Dann sagt er, er hätte diese ganze Situation, diese ganzen Vorwürfe damals, hätte er sofort mit einem Anwalt eindämmen sollen, so wie andere das zum Beispiel machen. Aber dann denke ich mir so, du hast doch ganz große Reden geschwungen. Es gab doch einen ganz ausführlichen Post, wo gesagt wurde, nach diesem Video, nach der Schmierenkampagne, wie er es nennt, dass er sich gleich zwei Anwälte gesucht hat, dass er jetzt dagegen vorgeht. Und ich kann euch sagen, dass in diesem Kontext, was er damals angekündigt hatte, das war im April, ist jetzt schon wieder auch ein bisschen her, dass niemand Post bekommen hat. Niemand. Dann hat er eine, irgendwann ist diese Futter wieder verschwunden, also damit hat er natürlich dann signalisiert, so okay, der Deal, wenn es denn einen gab, ist geplatzt. Und dann hat er, ich weiß nicht, ist es zwei Wochen her, ist es drei Wochen her, dann hat er natürlich wieder ein Foto gepostet, dieser mit einer weiblichen Anwältin, inzwischen wurde dieser Beitrag auch wieder gelöscht. Also, ja, ist wahrscheinlich auch alles Schnee von gestern, im wahrsten Sinne des Wortes, und alles eingestellt. Und ich kann euch ja sagen, also, ich meine, ihr wisst das ja, wenn man irgendwie eine Abmahnung oder so und irgendwas rausschickt, das geht relativ schnell, das geht innerhalb von wenigen Minuten, also, ähm, das ist aus meiner Perspektive Quatsch. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier rein, was hier jetzt noch steht, ja. Ach ja, Thema Notar. Er möchte ja jetzt einen, äh, den, den Notarvertrag, also besser gesagt, diesen Ehevertrag, den es im Nachhinein gab, ähm, anfechten. Das sagt er auch ganz klar in seinem Video, das hat er auch letztens schon mal angekündigt, angeblich wurde der Vertrag oder dubiosen, äh, umständen, ähm, sagen wir mal, ist ja entstanden, auch im Kontext von Erpressung, laut seiner Sage, Aussage und Unwahrheiten. ich hab da auch mal ein bisschen was gehört, ich werd da jetzt nichts dazu sagen, aber soll er mal machen. Ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass er Erfolg haben wird, diesen, ähm, Ehevertrag anzufechten und ich glaube auch nicht, dass er am Ende des Tages in irgendeiner Art und Weise einen Cent bekommen wird. Dann kritisiert er, dass er quasi eine Unterlassung gefordert hat, dass quasi Michelle nie wieder über ihn sprechen darf und dass sie das abgelehnt hat und dass damit natürlich bewiesen ist, dass sie die Böse ist und ich sag euch ganz ehrlich, Leute, warum, warum sollte man denn eine Unterlassung, jetzt mal generell, eine Unterlassung unterschreiben, in der man sagt, dass man nie wieder über eine Person spricht, die auch noch, aktuell noch, der Ehemann oder irgendwann der Ex-Mann ist. Würde ich auch nicht machen, ja, warum sollte ich das denn tun, ja, warum sollte ich das unterschreiben? Das ist ja ein Teil ihres Lebens. Warum soll sie einen Teil ihres Lebens leugnen und, ähm, unterschreiben, dass sie nie wieder über ihn spricht? Sie wird irgendwann mal in eine TV-Show gehen wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, oder wird irgendwo auch mal ein Interview machen, keine Ahnung, wo dann einfach mal gefragt wird, ja, wie war das denn mit der Liebe? Dann wird sie wahrscheinlich sagen, ja, ich war mit Maik zusammen, wir waren vier Jahre verheiratet oder fünf Jahre, je nachdem, so, das dürfte sie ja dann alles nicht mehr sagen. Es geht ja gar nicht darum, dass sie hier, ähm, jeden Tag irgendwelche Videos macht und wenn man jetzt sagen würde, könnte man sich darauf einigen, dass man da diesen Waffenstillstand hat, da würde ich sagen, okay, aber selbst wenn das jetzt umgedreht so wäre und Maik sagen würde, ähm, ja, ich unterschrei, ich will nicht unterschreiben, dass ich mich nie wieder über Michelle äußere, das kann ich auch nachvollziehen. Warum? Warum sollte er sich nie wieder über sie äußern? Warum sollte sie sich nie wieder über ihn äußern? Das Einzige, was doch wichtig ist, ja, ist, dass irgendwann Ruhe einkehrt und dass man sich nicht irgendwelche Vorwürfe an den Kopf knallt und dass einfach bestimmte Themen irgendwann beendet sind, aber dafür brauche ich keine Unterlassungserklärung, dass ich nie wieder einen, einen Namen in den Mund nehme von einer Person, mit der man per se ja auch irgendwie noch verheiratet ist, mit dem man die Öffentlichkeit gesucht hat, gerade auch in so einem aktuellen Format, wo es natürlich auch noch sein kann, dass es Interviewanfragen gibt, also das jetzt irgendwie vorzuweisen, so nach dem Motto, ähm, dass, dass jetzt irgendwie der Beweis ist, dass sie keine, keine Ruhe haben will, ist aus meiner Perspektive Quatsch. Äh, ja, sie ist wie gesagt aktuell noch in einer Sendung, auch wenn die jetzt gerade endete und ich, aus meiner Perspektive ist das ein total dämliches Beispiel, ja, ähm, genau, dann reden wir hier noch weiter, dass, äh, die Anzeige ihm ja angeblich, die es damals gab, diese Anzeige ihm ja angeblich alles genommen hat, auch in der Branche, finanzieller Verlust, und da muss ich mir erstmal die Frage stellen, wie kommt er denn darauf? Also erstmal muss er ja beweisen, dass nach dieser Anzeige oder nach diesem Video damals, dass ihm alles genommen wurde und dass er deswegen keine Einnahmen hat, denn, wir halten mal ganz kurz fest, er hat nicht nur gesagt, dass er nicht mehr im Reality-TV stattfinden will, auch wenn sich das Rädchen inzwischen da wieder so ein bisschen gedreht hat, ja, weil inzwischen ist er wieder offen dafür, er hat selber gesagt, er möchte im Reality nicht mehr stattfinden, das war seine Aussage. Wir müssen an dieser Stelle daran erinnern, dass er damals dieses krasse Exposing-Video gemacht hat, über eine Fernsehproduktion und auch wenn er das gelöscht hat, ändert es nichts daran, dass dieses Video online war und das jeder mitbekommen hat und das dürfte schon Grund allein sein, ja, dass mit ihm einfach niemand mehr arbeiten will, völlig unabhängig von dieser Anzeige. Er expost eine Produktion mit irgendwelchen angeblichen Vorwürfen aufs Übelste und wundert sich dann, dass danach niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten möchte und das ist beim Fame-Fighting übrigens genau dasselbe gewesen. Er war bei der Fame-Fighting als Kämpfer da gelistet, ihr erinnert euch dran, ja? Und er wurde dann runtergenommen und warum? Nicht wegen einer Anzeige, nicht wegen irgendwelchen Vorwürfen, sondern weil er in einen Livestream gegangen ist, weil er wieder nicht seine Klappe halten konnte und dort gesagt hat, dass er aktuell depressiv ist und dann hat der Veranstalter daraus resultierend gesagt, okay, wenn jemand gerade solche Probleme hat, solche mentalen Probleme, dann müssen wir das ernst nehmen, dann kann diese Person nicht an einem öffentlichen Boxkampf teilnehmen. So, und das finde ich ehrlich gesagt sehr erwachsen, das finde ich sehr schlüssig und nichts anderes wäre eine Option gewesen, also sorry, ja? Da ist niemand anderes dran schuld. Also wie gesagt, er kann das sich immer beweisen, es gibt zig Gründe, warum er sich selber demontiert hat, übrigens mit jedem weiteren Video, was kam. So, dann sagt er auch, dass quasi ein falsches Bild geschaffen wurde von ihm. Er sieht sich ja immer als Opfer, er ist ja eigentlich ganz anders und wir alle wie YouTuber und die Medien und die Produktion und die Sender haben alle ein falsches Bild von ihm geschaffen. Nein, dieses Bild hat er selber von sich geschaffen. Das habe ich auch einleitend schon mal gesagt, schon alleine auch durch diese ganzen YouTube-Videos, über die wir jetzt gerade reden, über die wir in der Vergangenheit gesprochen haben, über die wir ganzen Live-Sims, über die wir gesprochen haben. Dieses Bild hat er selbst kreiert und das finde ich sehr schade und ich finde es sehr traurig für ihn selbst, dass er das immer noch nicht erkannt hat und dass er keine Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen und für sein eigenes Handeln trifft. Macht er nicht, kann er nicht. Dann geht es auch noch mal um diese Fernsehschatztruhe. Also da gab es ja, da gab es wohl eine Art Anzeige, eine Art Unterlassung oder so, das kann ich daraus schließen, weil es gab damals diesen besagten Livestream von diesem Volksfest, wo auch unsere Freundin Nadine anwesend war und da war ja der Mike voll wie weiß ich nicht was, ja, er hat sehr viel Alkohol getrunken, hat er dann auch im Nachhinein eingestanden, das hätte er jetzt auch nicht machen müssen, aber es war eh offensichtlich. Auf jeden Fall hat er dann den Buttermann beleidigt, ne, den Frank und der Frank ist halt dagegen vorgegangen, das hat er jetzt auch so in diesem Video erzählt und er regt sich darüber unglaublich auf, weil der Frank hat ja auch im Vorfeld ganz schlecht über mich berichtet und dies und das und jetzt kommt er selber mit dem Anwalt. Ja, ja, wenn du ihn öffentlich beleidigst, hat er das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen und dagegen vorzugehen. Das gleiche könntest du auch, wenn er dich in einem Livestream irgendwie, äh, weiß ich nicht, hart beleidigt hat oder sonst was, es gibt auch andere Gründe, also da dachte ich mir so, okay, also weil Frank jetzt über dich berichtet hat und nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal an, dass es da vielleicht eine Berichterstattung gab, wo jetzt Mike sagen würde, die war grenzüberschreiten, das ist ja immer eine Standpunktfrage, aber das kann ja jetzt einfach mal sein, ist es doch nicht dein Recht, ihn irgendwie zu beleidigen und dann zu sagen, ja, ich darf das ja jetzt, weil er hat sich ja assi mir gegenüber verhalten, also da muss ich mir auch an den Kopf greifen und denke mir so, alter Falter, ja, ähm, schwierig. Dann, äh, sagt er, dass ja zum Beispiel die Michelle in diesem ganzen Kontext nur interessant ist wegen ihm. Das gilt aber für ihn genauso, also ich meine, äh, worüber reden wir denn hier die ganze Zeit? Die ganzen Livestreams, die er schon, wann fing das an? Ende Januar, im Februar gemacht hat, die handelten doch zu gefühlt 100% nur über Michelle. Die ganzen letzten Videos, die er gemacht hat, die für seine Verhältnisse überdurchschnittlich erfolgreich waren, waren doch nur Videos über Michelle. Für ihn, ganz alleine, als Einzelperson, interessiert sich doch keiner. Also, das ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so, er ist ja nun mit Michelle im Sommerhaus sehr populär geworden damals, ja, zwar nicht positiv, aber das war das große Thema, ja, damit assoziiert man ihn und ja, damit assoziiert man sie auch. Beide sind für uns in der öffentlichen Wahrnehmung erstmal nicht trennbar so, ne, weil beide natürlich immer diese Themen hatten, aber dann zu sagen so, sie ist ja jetzt irgendwie uninteressant, ähm, weil, äh, sie funktioniert nur mit mir, ja, okay, dann kann man jetzt irgendwie sagen, Mike war bei, äh, Promi-Büßen, ja, finde ich war jetzt nicht sonderlich unterhaltsam, er war auch nicht groß dabei. Kampf der Reality-Stars, wo er alleine war, ist auch kein großer Wurf gewesen, ja, Bachelorette Schweiz hat für uns Deutschland jetzt keine Relevanz gehabt, deswegen möchte ich jetzt nicht sagen dazu, ähm, Temptation Island war er damals als Verführer, habe ich ehrlich gesagt nicht mal wahrgenommen, weil es keine Relevanz hat. Ich habe ihn immer nur wahrgenommen, dann, wenn es irgendwie im Kontext mit Michelle war. und das ihr jetzt irgendwie, ähm, vorzuwerfen, finde ich lächerlich, genauso wie er sagt, er mag es nicht, wenn man gegen sie geht oder wenn man sie bedroht, in jeder Art, dann muss ich ehrlich gesagt auch mal ganz kurz laut, äh, lachen, weil das ja eigentlich das ist, was er die ganze Zeit immer gemacht hat, ne, also das ausgerechnet, er jetzt irgendwie sagt, ich mag das nicht, bin gegen die Michelle vorgegangen wird, oder sowas, ähm, lächerlich, also wirklich, bei Gott lächerlich. So, dann geht es jetzt mal auf die YouTuber oder wie Mike Zies sagt, die YouTubenden Personen, denn da sagt er ja, die YouTuber haben über Michelle gelästert und gesagt, dass sie auserzählt ist und, ähm, dass sie eh keine Chance auf Formate hat. Diese Frage hat er mir damals gestellt, ob ich Michelle in anderen Formaten sehe, das war ein paar Monate nach im Sommerhaus, und da habe ich gesagt, nein, ich sehe sie als Einzelpersonen nicht in anderen Formaten, weil ich sie für, in dem Kontext, den wir zu dem Zeitpunkt gesehen hatten, als eher unspannend finde, vielleicht auch ein bisschen langweilig und ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass die Geschichte für den Moment auserzählt ist, weil Michelle ja damals auch eher eine war, die sich im Sommerhaus geduckt hat, die eben nicht nach vorne gegangen ist, die nicht quasi Positionen für sich bezogen hat, sondern immer nur so minimal, da habe ich gesagt, nein, ich sehe Michelle nicht in einem anderen Format aus den besagten Gründen. Der Witz an dieser Sache ist, dass ich das Michelle auch schon länger her mal selber gesagt habe. Ich habe diese Äußerung, die ich gegenüber Mike geäußert habe, auch ihr gegenüber geäußert. Sie weiß, dass ich das damals gesagt habe und dass ich das auf berufliche Ebene eingeschätzt habe und als wir letztens essen waren, haben wir tatsächlich nochmal darüber gesprochen und bevor das Sommerhaus, nee, bevor prominent getrennt lief, also jetzt bevor die Staffel startete irgendwann, habe ich gesagt, wenn du mir die Frage im Januar gestellt hättest, Michelle, wie ich darüber denke, ob ich dich in einem anderen Format sehe, hätte ich dieselben Gründe wieder genannt. Und ich hätte gesagt, nein, die Geschichte mit Mike ist auf eine gewisse Art und Weise auserzählt, weil zu dem Zeitpunkt wussten wir ja schon, dass prominent getrennt gedreht wird und dass was kommt. Und als Einzelperson finde ich sie nicht so spannend. Heute sehe ich das ein bisschen anders, ja, aber es ist vollkommen irrelevant. Was ich witzig daran finde, ist, dass er das ja gesagt hat, um wieder Zwietracht zu sehen. Er sagt das nicht einfach so. Das ist das, was ich einleitend schon gesagt habe. Er geht immer auf andere Leute drauf, weil er denkt, wenn er dieses Zitat jetzt irgendwie in den Raum wirft und sagt, oh, die YouTuber haben aber das gesagt und Michelle das sieht, dann wird die denken, oh mein Gott, die sind aber falsch, die müssen sich gerade machen und die lästern hinter meinem Rücken. Ja, blöd nur, dass sie das weiß, dass ich das gesagt, ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, ich weiß nicht, was andere gesagt haben, aber gerade dieses Zitat, was er genannt hatte, ging in meine Richtung und ja, das habe ich gesagt, aber ja, die Wahrheit ist auch, Michelle weiß das, was ich gesagt habe, weil ich es ihr auch ins Gesicht gesagt habe. Also dieser Versuch, da jetzt irgendwie so ein bisschen Unruhe reinzubringen, hat dann in dem Kontext tatsächlich leider nicht funktioniert, weil sie es schon vorher wusste. Ja, dann sagt er auch, der Auslöser für all das Übel, die Plattform allen Übels, war mein Video. Ich glaube, damit meint er wahrscheinlich das Video mit Ariel und Michelle und nein, das war nicht der Auslöser. Der Auslöser war er selbst, dass er Wochen vorher schon Stimmung gemacht hat gegen Michelle, dass er sie immer unterschwellig bedroht hat. Wir alle haben diese ganzen Livestreams noch, wir haben das ja vorher runtergeladen, ja, dass er auch immer gesagt hat, er will sie leaken, 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 leaken und dann hat sie sich selbst geleakt, indem sie ja quasi damals dieses besagte Video oder Reel, glaube ich war, so eine Instagram Story gemacht hat, wo sie gesagt hat, dass es diesen besagten Vorfall gab, er hat sie gegen ihren Willen gefilmt, in ihrer Wohnung, sie wollte das nicht, sie wollte ihm dann das Handy aus der Hand reißen und hat ihn verletzt, weil sie wahrscheinlich mit dem Fingernagel oder keine Ahnung ihm einen krassen Kratzer verpasst hat, ja, das ist einfach ein Fakt und er redet immer von irgendwelchen Beweisen, Beweisen, Beweisen und ich frage mich immer noch mal, was denn für Beweise, egal was er bei anderen Leuten jetzt beweist, ja, dass Ariel nicht gerade ist, dass Michelle nicht gerade ist, dass Yvonne Moulin nicht gerade ist, dass ich nicht gerade bin, das alles hat doch nichts mit der Wahrnehmung zu tun, die die Leute von ihm haben, das ist das, was ich einleitend gesagt habe, das möchte ich jetzt auch hier am Ende noch mal sagen, ich glaube, das versteht er nicht, egal was er über andere exposed, egal was er für Beweise liefert, wer mal mit wem irgendwelche Differenzen hatte und wer in dem Kontext auch mal irgendwie was gesagt hat, wo man sagen würde, oh, das war jetzt aber drüber, also was ändert das denn jetzt an dem Standing, was er hat, ich stelle mich doch auch nicht hin und sage, ich bin ein Engel, nein, ich habe mich auch schon öfter mal im Ton vergriffen oder mal Sachen bei irgendwelchen Leuten gemacht, wo ich mir im Nachhinein so dachte, alter Ramon, weiß ich nicht, war nicht so cool, niemand stellt sich hier als Engel dar, auch Michelle nicht, aber es ist halt dann trotzdem nicht diese öffentliche Bandbreite, die er jeden Tag gefühlt abgeliefert hat und ich glaube, das versteht er nicht, mit jedem Video, was er macht, ich sage es ein allerletztes Mal, schadet er nur sich selbst, weil die Leute genau sehen, dass er immer wieder versucht, andere zu exposen, um für sich, um von sich abzulenken, anstatt einfach mal zu sagen, das und das habe ich gemacht, es kommt immer zwischendrin mal die Floskel, ja, es gehören ja immer zwei dazu und ja, ich habe irgendwie auch Fehler gemacht, aber irgendwie ist das ja alles immer nur geschwätzt, also genauso wie das er jetzt dann zum Beispiel sagt, es ist ihm ein Schaden entstanden auf beruflicher Ebene, obwohl er ja die Firma schlecht geredet hat, obwohl er ja auch gesagt hat, er möchte in keine Shows mehr gehen, er hat im Video gesagt, dass er mentale Probleme hat und jetzt sind alle anderen schuld, für Sachen, die er selber geäußert hat, keine Ahnung, ich bin jetzt erstmal hier an diesem Punkt am Ende angelangt, ich finde es reicht auch, denn er hat ja schon angekündigt, dass noch mehr kommt, das ist auch so ein Thema, ja, die letzten Tage oder die letzten zwei Wochen war es eigentlich ruhig, er hat ja immer gesagt, ich mache nichts mehr, ich sage nichts mehr, niemand hat irgendwas groß gesagt, das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben alle auf die Sendung reacted, wir haben nur auf prominent getrennt reacted, er hat damals gesagt, lasst mich alle in Ruhe, reacted nur auf prominent getrennt und dann ist gut, nichts anderes haben wir alle gemacht und was kommt, ein YouTube Video nach dem anderen, ohne dass wir reagiert haben, nochmal, wenn ihr gerade dieses Video seht, das ist erstmal eine Reaktion auf seine letzten zwei Videos, davor gab es gar nichts, ich kann für mich sprechen, ich habe ausschließlich auf prominent getrennt reacted und das war es jetzt erstmal an dieser Stelle, ihr Lieben, ich bin jetzt sehr gespannt auf euer Feedback und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in diesem Sinne, auf Wiedersehen. ,